Vater Emanuel, hiermit betraue ich Dich mit der Leitung dieser Pfarrgemeinde. Und von nun an hast Du das Amt des Moderators von Lanz und Kirchen mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten inne. In Deinem Dienst stelle ich Dir Kaplan Vater Raffei als Mitarbeiter in der Seelsorge zur Seite. Möge zusammen mit dem Pfarrgemeinderat alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieser Pfarre in der gemeinsamen Verantwortung all das Wirklichkeit werden, was ihr Euch vornehmt.